Hallo, ich bin Jens von Optionsstrategien und wir haben hier bereits ein Video über das richtige Rollen von Optionen veröffentlicht. Damit man auch mal sieht, wie das in der Praxis funktioniert, das ist ja immer das eine Theorie, aber wie funktioniert das Ganze in der Praxis, hier mal ein Ausschnitt aus einem Live-Coaching, was wir gemacht haben, wo wir einfach mal auf mehrere Trades, die wir während des Live-Coachings durchgeführt haben, mal zurückschauen und wo wir uns mal anschauen, wie wir in der Praxis gerollt haben. Ich möchte einfach noch mal ein paar Trades zeigen, die wir hier gemeinsam im Coaching während dieser aktuellen Coaching Stufe 2 gemacht haben, wie wir die adjustiert haben, auch für uns jetzt hier, die wir dabei sind, nochmal zur Rekapitulation, warum es einfach so wichtig ist, dieses Rollen wirklich zu beherrschen, dieses Rollen vor allen Dingen auch anzuwenden. Ich glaube, wichtiger ist noch, als das zu hundertprozentige Beherrschen, ist auf jeden Fall die Anwendung. Selbst wenn man beim Rollen mal noch einen Fehler macht, ist es immer noch besser, als nichts zu machen. Und nochmal ganz kurz, bevor wir uns wirklich den Trades zuwenden, nochmal eine ganz, ganz, ganz kurze Zusammenfassung. Wir sehen, oder das Ziel nochmal, Rollen ist ja nichts anderes als Adjustierung. Und nochmal zur Wiederholung, das Ziel einer jeden Adjustierung ist die Minimierung eines zu diesem Zeitpunkt angefallenen Verlustes innerhalb eines Trades. Das heißt, wir fangen an zu adjustieren, wenn eine Position so weit im Minus ist, dass wir adjustieren müssen. Wenn wir jetzt sagen, ich mache von vornherein einen Strangle oder so, dann ist das kein Adjustieren, sondern erst, wenn ich sage, okay, ich komme unter Druck. Wenn meine Position unter Druck gerät, dann greife ich in den Trade ein. Und jetzt ist es hier ganz wichtig, sind diese, ich schiebe das mal ganz kurz hier mit rüber, sind diese Punkte, nämlich Nummer 1, Minimierung des angefallenen Verlustes. Es geht also nicht um Gewinnmaximierung, sondern Minimierung der Verluste. Und das ist ein ganz wichtiger Satz, jeder reduzierte Verlust erhöht automatisch den Gesamtgewinn. Es geht also wirklich darum, damit wir am Ende einfach mehr Geld verdienen. Und das kann man mit Adjustierung schaffen. Kleines Zahlenbeispiel nochmal dazu. Natürlich, wir wissen, das sind alles immer so ein bisschen Milchmädchenrechnungen, weil sie immer von den selben Zahlen ausgehen. Aber jeder, der jetzt hier im Coaching dabei war die letzten Monate, ich glaube, der kann das gut nachvollziehen. Und wir werden es dann ja gleich auch nochmal mit aktuellen Zahlen belegen. Also, wir gehen einfach davon aus, wir machen 100 Trades, wir haben eine durchschnittliche Prämieneinnahme von 300 Dollar, wir haben eine Trefferquote von 60 Prozent, also auch jetzt nicht übertrieben. Wir wissen, gerade in den letzten Monaten war die deutlich höher, aber wir wollen es nicht schön rechnen. 60 Prozent Trefferquote, jeweils ein Gewinner von 240 Dollar anhand der 20 Prozent Regel. Das heißt, wenn hier 20 Prozent Restwert erreicht sind, dann kaufen wir die Option zurück. 300 Dollar und bei 100 Prozent Verlust, 100 Prozent Regel, nehmen wir den Verlierer mit. 300 Dollar, das würde bedeuten, wir haben bei diesen 100 Trades 14.400 Dollar Gewinne, wir haben 12.000 Dollar Verluste, unterm Strich kommen 2.500 Dollar, 2.400 Dollar Gewinne heraus, macht pro Trade 24 Dollar. So, wenn man das mal so runter bricht, sieht man, dass das gar nicht so viel ist, aber es ist ein positives Ergebnis. So, und jetzt sagen wir, okay, wenn wir jetzt rollen und jetzt auch hier nicht keine Schönrechnerei, so nach dem Motto, jetzt machen wir plötzlich aus jedem Verlierer einen Gewinner. Nein, ich habe einfach nur dieselben Voraussetzungen genommen, also 100 Trades, 300 Dollar, 60 Prozent Trefferquote, Gewinner, Verlierer wieder gleich groß. Und jetzt einfach gesagt, okay, wenn wir 50 Prozent der Verlierer erfolgreich adjustieren und erfolgreich heißt in dem Falle 50 Prozent weniger Verlust, also statt 300 Dollar nur 150 Dollar Verlust. So, wie sieht dann das Ergebnis aus? Unsere Gewinne aus den Gewinnern bleiben ja gleich, aber unsere Verluste werden kleiner. Und zwar statt 12.000 Dollar werden es jetzt bloß noch 9.000 Dollar. 3.000 Dollar weniger Verlust. Und aus einem Gesamtgewinn von 2.400 Dollar wird ein Gesamtgewinn von 5.400 Dollar. Das heißt 125 Prozent mehr Gewinn. Kann jeder nachrechnen. Das ist eine ganz einfache, nachvollziehbare Rechnung. Und das bedeutet eben auch pro Trade logischerweise 125 Prozent mehr Durchschnittsgewinn pro Trade. Und das ist etwas, was glaube ich viel, viel wichtiger ist, als die meisten versuchen hier irgendwie dran rumzuschrauben. Trefferquoten. So, wir wissen aber, Trefferquoten sind etwas, wo wir selbst nur relativ wenig machen können. Natürlich muss es das Ziel sein, zu sagen, vielleicht schaffen wir hier 65 Prozent, vielleicht schaffen wir auch mal 70 oder 75 Prozent. Aber das ist natürlich auch ein ganz großes Stück abhängig von dem, was uns der Markt gibt. Wir wissen alle, es gibt Zeiten, da läuft es sehr, sehr gut. Es gibt Zeiten, da läuft es nicht so sehr gut. Aber adjustieren können wir zu jedem Zeitpunkt, egal ob es gut oder schlecht läuft. Und das ist ganz einfach das, was uns die Gewinne bringt. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal in ein paar wirklich realen Trades an, die wir gemacht haben. Hier im Coaching weiß das ja jeder, dass wir so eine Rolltabelle führen. Und ich habe ja diese Rolltabelle damals auch zum Download zur Verfügung gestellt. Das ist ja nichts anderes, als dass man einfach nur die Trades auflistet, die man gemacht hat. Und wir sehen hier, dass alles, was grün ist, sind alles Trades. Ich habe das bloß unterschiedliches Grün gemacht, hat also keine Bedeutung, sondern nur unterschiedlich gemacht, damit ich auf den ersten Blick sehe, welche Trades waren positiv und welche negativ. Und Ziel war halt immer eine Reduzierung des Verlustes. Also, wenn wir jetzt sagen, wir können da, der erste Trade, den wir gemacht haben, der steht nicht ganz oben, sondern der steht hier, weil immer eingetragen wurde, wann man assistieren musste. Das war damals eine Exxon. Den haben wir angefangen. Der erste Trade endete mit 52 Dollar Minus und am Ende sind wir mit 1 Dollar Plus rausgegangen. In der RSX, Russland Index, angefangen mit 89 Dollar Minus, am Ende mit 41 Dollar Plus rausgegangen. So, und so zieht sich das durch. Es gab eine Aktion, das war hier bei FCX. Das ist, äh, FCX ist ja auch eine Aktie. Äh, da sind wir, die erste Position hier, 480 Dollar Minus und am Ende mit 418 Dollar Minus rausgegangen. Warum? Weil ich hier einen Fehler in der Positionsgröße gemacht habe. Das war der hauptsächliche Grund. Hätten wir die Positionsgröße, ähm, richtig gemacht, das war also ganz klar mein Fehler, ähm, dann wäre zwar immer noch ein Minus, aber ein deutlich geringeres. Und man sieht, dass wir dieses Jahr sehr, sehr viele, oder jetzt in dem, in dem abgelaufenen paar Monaten, sehr, sehr viele Trades hatten, wo wir sogar ein Plus erreicht haben. Also wo wir anstatt einer Reduzierung des Verlustes sogar einen Gewinn erzielt haben. Es gab hier, aber das ist zum Beispiel für mich auch ein Gewinner, wenn ich mit einem Trade starte, das war hier im S&P, wenn ich mit einem Trade starte und der erste, die erste Position landet 110 Dollar am Minus und am Ende habe ich die Position auf 55 Dollar Minus gebracht, also eine Halbierung des Verlustes, dann habe ich alles richtig gemacht. Also dann ist, dann sage ich, okay, ich habe meine Verluste um die Hälfte reduziert. Das beste Beispiel war natürlich, oder der beste Lauf war natürlich der hier im Crude Oil. Da haben wir gestartet mit einem Verlust von 400 Dollar und sind am Ende mit 1600 Dollar Plus rausgegangen. Den letzten Trade haben wir ja jetzt hier erst am 9.6. zugemacht, zieht sich also über drei Monate hin. Den schauen wir uns mal noch ein bisschen näher an und dann nehmen wir noch ein, zwei Trades, wo wir sagen, okay, das sind andere, die wir gemacht haben. Aber jeder, der im Coaching dabei war, weiß natürlich auch, wir haben das immer gleich gemacht. Es sind immer die gleichen mechanischen Vorgehensweisen, so wie wir sie hier gelehrt haben. So, und wenn wir uns das Ganze anschauen, was bringt das denn am Ende? Und ich habe hier mal einen kleinen, einfachen Chart gemacht. Ihr wisst, ich bin ja nicht so der ganz große Excel-Experte und deswegen sehen meine Charts nicht so toll aus, aber das ist mein Rollchart. Das heißt, hier wird nur abgetragen die Trades, die wir gerollt haben und die jetzt beendet sind. Also wir haben ja hier unten noch ein paar Trades offen, das sind ein paar schon ein Plus, ein paar ein Minus. Aber ich habe jetzt mal nur die gemacht, die, wo noch die abgeschlossen sind. So, und wir sehen hier unten haben wir noch ein paar Minus und aber mittlerweile, gerade wenn wir das, wenn wir hier mal anschauen, den McDonalds, weiß ja jeder hier, 8 Dollar Minus im ersten Trade. Dann haben wir den gerollt, gucken wir uns den heute an. Dann, so sind wir hier 37 Dollar im Plus, also auch schon wieder 30 Dollar im Plus gegenüber dem ersten Verlust. Also das funktioniert immer, sie sind eben bloßer nicht beendet, noch nicht abgetragen. So, und da sehen wir einfach, nur mit dem Rollen haben wir jetzt in den letzten drei Monaten über 2000 Dollar verdient. Also das waren reine Rollgewinne, die wir rausgeholt haben, durch die richtige Adjustierung. Und jetzt schauen wir uns einfach mal einen Trade an und wir nehmen natürlich auch diesen, wir nehmen natürlich auch den Crude Oil Trade, nicht um damit anzugeben, sondern weil der Crude Oil Trade mehrmals adjustiert werden musste und auch konnte, zwischendurch immer mal wieder ein Minus anfiel. So, und wir wollen uns das einfach mal anschauen, ich nehme mal hier den Zweier, da dürfte man keine Linien drin haben, genau. Und dann schauen wir uns den einfach mal an und wir gehen einfach mal jeden einzelnen Trade durch, den wir hier gemacht haben. Jede Adjustierung und gucken wir uns das nochmal an. Also, der Trade, der erste Trade startete am 18.02. Das war hier, am 18.02. mit einem 40er Put. Mit einem 40er Put und zwar war das, ich zeige es auch nochmal hier, damit man es kurz ein bisschen nachvollziehen kann, Ich schreibe mir das also immer so auf, deswegen kann ich es jetzt auch relativ leicht nachvollziehen. CL, Crude Oil Car war der Mai, P war eben ein Put und hier hinten der Preis, wann ist man rausgegangen und so weiter. Also das habe ich alles in meiner Tabelle aufgelistet, um das später eben einfach so wie jetzt mal nachvollziehen zu können. So, das war ein 40er Put im Mai, die Mai Optionen verfallen irgendwann im April, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber irgendwann hier müssten die so, müssten die verfallen. So, wir sehen, was passiert ist. Zack, 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 zack. Es lief deutlich gegen uns und deswegen mussten wir am dritten, Entschuldigung, am... Halt, hier bin ich. Kleiner Moment, ich muss mir das bloß mal farblich kennzeichnen, damit ich mich nicht vergucke. So, und deswegen mussten wir am 16.03., nein, Entschuldigung, genau, es ging schon mal los, die nächste Aktion haben wir schon am Tag darauf gemacht. Es ging am nächsten Tag schon nach unten und wir waren schon so weit im Minus, dass wir was machen mussten, also haben wir sofort einen 67er Call dagegen gesetzt. So, 67er Call an diesen Tag dagegen gesetzt. Wir sehen, was passiert ist, ging bis schnurrb, bis schon runter. Am 16.03., das war hier, genau am Tief, interessanterweise, mussten wir diesen Put zumachen mit einem Verlust von 414 Dollar. Gleichzeitig konnten wir aber auch diesen Call hier zumachen mit einem Gewinn von 355 Dollar. Das heißt, wir lagen 45, ungefähr 60 Dollar hinten. So, Volatilität war sehr hoch, also haben wir gesagt, auf geht's, weitermachen. Was haben wir also gemacht? Wir haben den ganzen Strangle gerollt, nämlich, wir haben am 16.03., also gleich am selben Tag, die Puts runtergerollt auf die 37er Puts. Und zwar im Juni, das sind die Optionen, die bis in den Mai laufen. 37er Put auf der Unterseite und auf der Oberseite 62er Calls. So, das war unser nächster Trade. Okay, diese liefen dann bis zum 08.04. Am 08.04., das war hier, lief also schön nach oben. Am 08.04. konnten wir diesen Put schließen, für über 800 Dollar Gewinn. Und, was mussten wir noch schließen? Erstmal mussten wir noch nichts schließen, sondern wir haben, genau, wir haben den Call gelassen, haben den Put geschlossen und haben ihn dann hochgeschoben auf einen Juli 42er. Also, es haben dann einen Juli gemacht. Hier, da bis in den Juni läuft. Die Calls hier oben haben wir im Markt gelassen. So, das waren die, das waren die. So, den reingenommen. Am 16.04. kam die nächste Aktion. Ja, es war klar, es lief immer weiter gegen uns. Also, was mussten wir machen? Wir mussten diese Calls hier oben schließen. Haben diese Calls geschlossen, wieder mit über 450 Dollar Verlust und haben aber sofort neue Calls verkauft. Und zwar auch im Juli auf der 67. Haben die also nach oben gerollt. So, jetzt war das unsere Position. Das war jetzt unsere neue Position, die wir jetzt hatten. Und jetzt muss ich kurz gucken. Nächste Aktion kam jetzt am 30.03. Entschuldigung, 30.04. Hier zu dem Zeitpunkt. 30.04. was haben wir gemacht? Wir konnten die Putz zumachen mit über 500 Dollar Gewinn. Und wir haben sofort neue Putz geschrieben, nämlich im August. Also mit einer Laufzeit hier, die immer ein bisschen in Juli läuft. Und zwar auf der 48. Haben die also noch ein bisschen wieder nach oben geschoben. So, das waren also die. Okay, ich muss immer mich in meinen Tabellen hier ein bisschen orientieren. So, dann am 30.04. haben wir ebenfalls den 67er Call zugemacht. Und zwar mit einem Gewinn von 85 Dollar. Also nur ein ganz, ganz kleiner Gewinn, weil wir gesagt haben, okay, Risiko wird uns zu groß. Wir machen ihn zu und haben dann diesen Call auch noch mal nach oben geschoben. Und zwar in den 75er. So, in den 75er hinein. Und dann wissen wir alle, was passiert ist. Dann lief das eine ganze Weile seitwärts. Und dann haben wir am 9.06. Also wir haben dann mal wirklich das gemacht, was Stillhalter machen. Wir haben es stillgehalten. Und am 9.06. also hier, haben wir dann die komplette Position geschlossen. Insgesamt noch mal für über 700 Dollar Gewinn. Sodass wir am Ende dann 1600 Dollar Plus auf der Uhr stehen hatten. Von einem Ursprungsverlust von über 450 Dollar. Ich zeige es noch mal hier. Das ist also der Trade. 18.02. ging es los. 16.03. geschlossen. Und dann eben hier entsprechend sieht man, wann die immer geschlossen wurden. Wann die immer aufgemacht wurden. Und da sehen wir noch 400 Dollar Verlust. Dann 355 Gewinn. 800 Gewinn. Nochmal 450 Verlust. 585. 475. 285. Am Ende 1652 Gewinn. Und wir sehen halt, ich zeichne jetzt mal, damit wir es einfach noch mal sehen, mal ein. Wir sehen ja schon die ganzen Linien, wann wir was gemacht haben und wann was verfallen ist. Und ich zeichne noch mal ein. Oder wir machen es noch mal anders. Ich nehme noch mal alles raus und sage, okay, es ging los. Also Aktionen haben wir gemacht am 18.02., am 19.02., am 16.03. Nochmal am 16.04., am 18.04. Tag vor, 8.04., am 16.04., am 30.04. Und letztendlich die Aktion beendet am 19.06., also hier. Und wir hatten auf der Unterseite, wir hatten 40er Putz. Wir hatten 37er Putz. Wir hatten 42er Putz. Und wir hatten 48er Putz. So, auf der Oberseite hatten wir 67er Calls. Also hier. Wir hatten auf der Oberseite 62er Calls. Wir hatten auf der Oberseite 67er Calls nochmal. Und dann hatten wir zum Schluss 75er. So. Okay, also das war unsere ganze Aktion. Sieht es, wenn man sich so auf dem Bild anschaut, natürlich ein bisschen verwirrend aus. Aber ich habe kürzlich hier im Coaching mal einen sehr schönen Begriff gelesen, und zwar Verschiebebahnhof. Und genau das ist das, was wir hier gemacht haben. Wir haben im Grunde genommen ein sehr elastisches Band um die Märkte gelegt, haben das Ganze hin und her geschoben, haben das Ganze adjustiert. Und deswegen ist es uns eben am Ende gelungen, hier aus diesen ursprünglich eben, wie war es, 400 minus 414 Dollar. Mit dem sind wir gestartet und am Ende sind wir mit 1.600 Dollar, 1.652 Dollar plus rausgegangen. Und jetzt geht es gar nicht darum. Das ist natürlich ein extremes Beispiel. Ich wäre auch zufrieden gewesen, wenn wir hier am Ende minus 200 hätten stehen haben. Und auch dann haben wir unser Ziel erreicht. Verringerung unseres ursprünglichen Verlustes. Das Ganze funktioniert natürlich immer nur, wenn man die vernünftige Volatilität hat. Also das heißt, wenn man solche Trades eben aufsetzt in einem schönen Volatilitätsumfeld und wenn man eben weiß, was man zu welcher Zeit macht, und das haben wir ja alles im Coaching besprochen, und wie man eben rollt, zu welchen Deltas, zu welchen Preisen und so weiter und so fort, das haben wir ja lang genug gemacht. Also ich glaube, man hat sehr gut gesehen, Rollen ist also wirklich etwas, was man, wenn man es systematisch angeht, ganz, ganz einfach umsetzen kann. Man muss natürlich ein paar Regeln beachten. Die habe ich versucht, hier in diesem kleinen Video mit zu erklären. Aber das ist natürlich nur ein ganz kurzer Einblick in das Thema Rollen. Je nach Marktphase hat man insgesamt hohe oder niedrige Volatilitäten, kann sich das natürlich noch ein ganz klein wenig verändern. Aber grundsätzlich ist das eigentlich keine Hexenwissenschaft oder Raketenwissenschaft, wie es so schön heißt, sondern das ist etwas, was man absolut lernen kann. Wenn Sie sich näher für das Thema Rollen interessieren, wenn Sie das selber für Ihr Trading übernehmen wollen, dann ist unser Coaching sicherlich das Richtige für Sie. Denn hier handeln wir während mehrerer Monate live mit unseren Kunden und mit unseren Kunden natürlich auch. Das heißt, wir zeigen alle unsere Trades, wir zeigen unsere Live-Konten, wir zeigen, wie wir jeden einzelnen Trade, eben wenn es notwendig ist, auch rollen. Und wenn Sie, wenn Ihr daran Interesse habt, ich verlinke das Ganze mal hier unten unter dem Video. Am 3. August 2015 startet unser nächstes Coaching. Einfach mal reinschauen und so lernt man traden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, servus, bye bye. Tschüss, servus, 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 servus